Im Kreisverkehr abfahren auf Boulevard des Portes de L'Océan. Dem Straßenverlauf von D 259 noch drei Kilometer folgen. Wir sind schon wieder am Panorama-Campingplatz gelandet von der Yellow-Gruppe. Und haben einen wirklich, wirklich ganz tollen Platz bekommen. Direkt in der ersten Linie, in der ersten Reihe mit dem Blick auf den Atlantik. Absolut fantastisch. Wo ist Milan? Der sitzt doch da draußen. Ach, da? Hallo Milan. Was macht man jetzt? Gurke freien lassen erstmal. Und runter auf den Boden. Vom Boden aufheben, so wie wir es kennen. Weglaufen. Reinlaufen. Ja, wir werden also jetzt drei Tage hierbleiben und dann fahren wir weiter in die Pyrenäen. Viel Spaß dabei. Bis zum nächsten Mal. 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 Ciao. Bis zum nächsten Mal. 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 Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. So, so meine Damen und Herren, also diesen wunderschönen Sonnenuntergang, der ist jetzt total versaut durch den Fabio. Habe ich gut hingekriegt. Mein Schweizer Kollegen. Nein, alles gut, da ist er. Schaut mal her, sieht wunderbar aus. So, jetzt haben wir die Aufnahme gerettet und jetzt freuen sich alle. Hast gut gemacht. Jetzt ist Action drin gewesen im Video, verstehst du? Ja, ich habe ein bisschen was reingebracht. YouTube ist Action. Genau, das sagst du. Alles gut, Frau Giorg. Wir sehen das alles so. Ja, natürlich. Ach, das gibt Klicks. Gut. Sex, drugs and rock'n'roll, wenn die sehen, das weißt du doch. Natürlich. Das ist alles, was zählt. Genau. Meine Güte. Was für ein schöner Ort hier. Was ist das für ein schöner Ort hier? Gut morgens. Was ist das für ein schöner Ort hier?